Sensationelles Arbeiten Woah, jetzt geht's aber nicht zu. Alle noch in der Brustplatz. Und zu mir auch mal schauen bitte. Herr Tiedemann. Ja, sehr gut. Wir freuen uns jetzt alle auf Renata Steffens. Renata Steffens wird die Laudatio auf Kurt Schulz gemacht. Schönen Abend. Ich freue mich hier in Zeiten, wo gewarnt und jammer und negative Belusen gestellt werden, anstatt sich gegenseitig zu ermutigen, ihn jemanden vorzustellen, falls sie ihn noch nicht kennen sollten, der brav und freudig an ihr Leben bringt. Er ist in meinen Augen, und da bin ich bestimmt nicht die Einzige, ein ganz besonderer, positiver Menschen und Künstler. Kurt Schulz gibt auch Kusch genannt. In eine typische Künstlerfamilie hineingebohlen, Vater Kunstmaler, Mutter Musikerin, entwickelte er sich in den 60er Jahren vom Werbegestalter und Grafikdesigner bis jetzt zum Pop-Rass-Künstler und Promi-Maler, der gerne auch für den Medien genannt wird. Wo für mich, als Maskenbildlerin, das Gesicht wie Leihmacht ist, ist für den Farbenfürst Kurt Schulz gewörtlich, Dein Gesicht ist die Landschaft deiner Seele. Und so zaubert er mit meisterhaften Strichen und seiner besonderen Beobachtungsgabe und Grafgebung seine eigenen Pop-Art-Interpretationen für die großen Künstler unserer Zeit oder auch ihr Gewicht. Durch die eine Hälfte seines Herzens, die als Musikerherz steht, erinnern Sie sich vielleicht noch an die Schulz' Skandalgruppe, hat auch Einfluss auf die Auswahl der Künstler, unter anderem die Beatles, Mick Jagger und bei dem norddeutschen Kunstprojekt Norddichter-Nordgesichter gibt es eine sehr große Auswahl an prominenten Künstlern und einflussreichen Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit die Kurt Schulz geproduktiert. Mittlerweile hat sich die Verleihung des Norderwarts, wie er heute eben stattfindet, zum Kultstatus der norddeutschen Region Deutschland entwickelt. Das umdachlige Gremium für die Nominierung des Norderwarts steht aus Dr. Michael Freitag, Uschi Merke, der Stuhl, Dr. Bernhard Anders, dem Kunstkuratorin Kunst im Gange und Kurt Kuschel selber. Da Kurt Schulz in die internationale Popartträge auf sich ging, ist es auch verständlich, dass er seine Ausstellungen in Galerien, die er in New York gab, Westland, Spanien, Liverpool, natürlich in ganz Deutschland und demnächst auch in New York, für sein Publikum die beeindruckenden Bilder von unterschiedlichsten Künstlern und Menschen der Medienlandschaft Norden stellt. Es ist heute, jetzt und hier eine gute Gelegenheit, den Finanz-Blues, November-Blues, Hamburg-Blues mit den Bildern von Kurt Kuschel zu treffen, die Ihnen die Inseln des Lichts und Musik in Farbe und Form in Ihre Wohnungen und Häuser bringen. Es ist ein positives Lebensgefühl, nehmen Sie sie mit. Ignorieren Sie die Mietmacher der Norden Nation, orientieren Sie sich an positiven Menschen, von inspirierenden Bildern, die Ihnen Spaß machen. Hier kam Sassam, hier kam Kurt Schulz. Applaus 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 Wir sind auch nicht so lange geredet, weil es wird ja viel geredet, aber ich denke, wir sollten natürlich auch gleich mal das ein oder andere Gemälde anschauen. Aber wir haben ja auch noch eine ganz große Geschichte davor, nämlich die Nordenburg-Valleiung an Carlo von Tiedemann und an Traxtop. Das darf man jetzt schon mal verraten, das steht jetzt im Sohnwahn. Also erstmal einen Applaus an diese Herrschaften, weil das haben sogar die, diese tolle Iger. Mein Projekt Nordlichter-Nordgesichter, das ich jetzt seit einigen Jahren betreibe, ist eigentlich daraus entstanden, dass ich einige Jahre auf Mallorca gelebt habe. Und wenn ich mit viel Heimweh immer M3 geguckt habe und da habe ich schöne Bilder vom Norden gesehen, habe ich gesagt, ich muss wieder zurück in den Norden. Und als es dann soweit war, habe ich gedacht, dann muss ich auch was für den Norden tun und natürlich auch für mich. Und so ist Nordlichter-Nordlichter-Nordgesichter entstanden. Und halt mit meinem Willen, wirklich aus dem Drang heraus, nordische, charismatische Menschen abzubilden, die für mich den Norden repräsentieren. Und das hat sich bisher auf über 100 Gemälde ausgeweitet und eine Dichtensicht. Also ich meine, ich sehe hier so viele schöne Norden-Gesichter, die den Norden repräsentieren, könnte ich also jeden Tag neu malen. Wunderbar, ich bedanke mich bei Ihnen. Ja, das ist doch einfach. Gut, wir möchten eine ganz kurze Pause machen. Ich möchte mich bei einer Person bedanken, ohne die das alles gar nicht möglich wäre. Und das ist nämlich meine Frau, das ist Frau Astrid. Und ich danke dir, lieber Astrid, dass du es mir ermöglichst, mit meinem Spielkram immer wieder an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ja, der Dank gilt hier. Sonst gibt es keine Augen. Dann möchte ich Tornado und Freddy bitten, uns noch ein wenig Musik darzubieten. Und Tornado, der schnellste Gitarrist der Welt, das wissen wir alle. Und Freddy, der hatte zwar noch nicht einen Fingerbruch, aber der spielt nach wie vor wie ein Gott. Und ich freue mich ganz besonders, wenn wir beide noch ein bisschen, vielleicht zwei, drei Titels spielen, so dass wir dann ein Getränk nehmen können und dann zu Norden Wort verleihen und vielleicht beschreiben können. Recht herzlichen Dank. Tornado und Freddy Applaus 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 Applaus